Kamilla Parker-Bowles wurde nach einer ihrer letzten königlichen Verlobungen mit Lob überschüttet. Während einer kürzlichen Reise in den St. James Park am 22. Juni unterstützte die Herzogin von Cornwall die Arbeit von zwei wichtigen Wohltätigkeitsorganisationen, Elephant Family, einer asiatischen Wohltätigkeitsorganisation für den Naturschutz, und dem National Literacy Trust. Während der Veranstaltung setzte sich Kamilla zwischen eine Herde geformter Elefanten, um eine besondere Geschichtenstunde für lokale Schulkinder zu veranstalten. Die Herzogin von Cornwall las aus einem klassischen Kinderbuch Elmer the Patchwork Elephant. In einem Instagram-Post für die Veranstaltung teilte Clarence House mehrere Fotos mit einer wichtigen Botschaft zum Thema Lesen und Naturschutz. In dem Social-Media-Post heißt es, ein Elefant vergisst nie, wie wichtig es ist, mit Freunden zu lesen. Die Herzogin hat sich Elmer the Elephant und ihre Freunde von Ad Elephant Family im Sankt. Folgen Sie den wandernden Elefantenherden durch den Green Park zum St. James Park. Aber sie müssen unterwegs die Leseherausforderungen des National Literacy Trust meistern. Königliche Fans applaudierten der Herzogin von Cornwall schnell für ihre Arbeit. Ein Fan kommentierte, H.R.H. Die Herzogin von Cornwall ist ein absolutes Wunder. Sie unterstützt so viele gute Zwecke und liebt es zu lesen. Ein unglaubliches Juwel in der Krone. Ein Zweiter sagte, Sie haben sich wirklich auf das Spiel Duchess eingelassen. Ich bin wirklich sehr stolz auf Sie. Bitte machen Sie weiter so. Ein anderer sagte, Camilla hat sich als eine solche Stärke und Unterstützung für Prinz Charles erwiesen. Sie ist eine Bereicherung für die königliche Familie. Ein weiterer schrieb, Was für eine wundervolle Sache. Den Elefanten anzubeten und zwischen ihnen zu sitzen und diesen lieben Kindern Geschichten vorzulesen, war magisch. In den kommenden Jahren als Großeltern sagen, Rate mal, was ich gemacht habe, als ich jung war. Eines Tages im St. James Park mit einer königlichen Herzogin.